Moin moin und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo für Battle for Azeroth Beta Key Verlosung mit eurem Brocken. Ja, viele von euch haben ja eventuell noch keinen Beta Zugang und die Leute die noch keinen Beta Zugang haben, denen möchte ich eventuell ein bisschen auf die Sprünge helfen. Vielleicht habt ihr ja Glück, denn Blizzard verlost bis zum 2. Juni 4000 Beta Key Zugänge. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach, ihr müsst diese Frage, die ihr gerade hier seht, einfach nur beantworten. Dann müsst ihr dort danach eure Daten angeben und da nehmt ihr automatisch mit an der Verlosung für die Beta Keys teil. Also falls ihr da Interesse dran haben solltet, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung drin. Einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt hier auf die Seite und könnt dann an der Verlosung für einen Beta Key teilnehmen. Wenn euch die Information natürlich gefallen hat und ihr sagt, ja, Dankeschön Brocken, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne abonnieren, denn seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich allen Leuten einen guten Wochenstart auf jeden Fall. Ich hoffe ihr seid bis jetzt gut reingekommen und ja, ansonsten noch einen angenehmen Abend auf jeden Fall. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.